hey leute und was geht ab ich bin heute hier mit cj in meinem dorf und wir zeigen euch wie es aussieht ab geht's und hier seht ihr unsere geile karre damit werden wir euch das ganze doch mal zeigen und ja ich würde sagen ab geht's rauf damit hier haben wir unseren horrorfilm fsk 18 gedreht ja schaut euch gerne an aber erst ab 18 und außerdem bei paus haben wir natürlich noch andere beschäftigungen let's go ja meine lieben damen und herren wie ihr hier sehen könnt man kann natürlich auch buhlen aber das ist nicht alles das vorhaus fsk 18 hat noch mehr zu bieten und ab geht das ist unser pavillon hier fand der zirkus nono camp statt natürlich auch nur das zirkus nono camp von diesem jahr hier seht ihr den tagesablauf hier unsere geilen bänke und da die geile bar an der mama oft was zu essen macht weiter geht's zu unserem schönen spielplatz yo was geht ab das ist unser geiler spielplatz relativ neu und damit würde ich sagen gehen wir weiter apropos wir gehen jetzt zur kirche unser nächster halb hey leute was geht ab das ist unsere kirche crazy oder hier unter dem baum trainiere ich und zirkus nono meistens und ja mehr gibt es da für ziemlich zu sagen also würde ich sagen mit unserem geschoss fahren wir zur nächsten station und ditte hier das ist unsere schmilkerzelle davon kann man natürlich einfach bücher mitnehmen und ab geht's der wahl und damit auch unser fußballplatz ach btw ihr sollt bald mal kunstrasen zockerplatz finden also drückt euch die daumen dass das klappt ich hätte echt bock mal hier zu kloppen Auf geht's, unser nächster Halt, der Wodlberg. Oh mein Gott! Scheiße! Oh mein Gott! Die Brille ist so reich! Oh mein Gott! Scheiße! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Wahnsinn! Und was kommen? Jeter Baksima Baksima Ja, definitiv Oh mein Gott! In mein Gott! So Leute, das war's mit dem Vlog, das war's mit dem Rundgang durch unser Dorf. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Tschau!